Das klingt jetzt wirklich super nerdig, aber ja. Das ist auch tatsächlich eines meiner beliebtesten Klischees. Wir sind eine richtige Kanzlei. Wir haben eigene Fachbereiche. Ich selber mache ja auch gar nichts mit Steuern. Vom Arbeitsrecht über Handelsgesellschaftsrecht. Eigentlich im Prinzip jeden Fachbereich, den man sich denken kann. Ich habe es noch nie erlebt, dass ich hier innerhalb des Unternehmens nach einem Spezialisten gesucht habe und keinen hatte. Und ich fand, das war eine super Kombination aus international groß und trotzdem irgendwie noch persönlich. Das Besondere, in einer Beratung zu arbeiten, im Vergleich zu einer Kanzlei, ist für Juristen, dass wir nicht diese strenge Fokussierung auf Präsenz-Time haben. So nutze ich die Flexibilität unseres Unternehmens wirklich selber ganz aktiv, indem ich mir einfach diese Stunden nachmittags freischaufle und die mit meinem Sohn verbringe. Und das ist für mich ein riesen Benefit. Also bei uns spielt die interdisziplinäre Zusammenarbeit eine Riesenrolle. Ich habe hier Themen auf dem Mandat, die kann ich als Jurist nicht alleine beantworten. Durch die Zusammenarbeit eben mit Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Service-Lines kriegt man auch immer neue Blickwinkel auf die Sache. Ich glaube, ich könnte auch nicht so ein guter Berater sein, wie ich es jetzt vielleicht heute bin. Im Endeffekt kann ich nur sagen, dass es sich absolut gelohnt hat, weil der Job einfach so cool ist.